Und weshalb der ganze Aufwand mit einer neuen Steindock-Anlage? Nun, lassen Sie mich kurz erklären. Im Grunde genommen ist der Steinbock das Schweizer Nationaltier. Er ist es deshalb, weil er zeigt, wozu wir Menschen im Negativen in der Lage sind. Ca. 1809 hatten wir ihn aufgegessen, Felle an die Wand genagelt und die Hörner zur Medizin zerrieben. Und das Erstaunen war groß. Man hat dann 70 Jahre gebraucht, bis man sich überlegt hat, naja, jetzt sollten wir ihn schützen. Da gab es dann halt keine mehr. Knapp 100 Jahre später hat der Bundesrat in Italien versucht, welche zu bekommen. Dort hat man sie geschützt. Die Italiener bekundeten aber, euch Schweizer entgeben wir keine. Ihr esst sie sowieso nur auf. Schon damals war die Schweizer Politik genial, klug. Und mit einem nie bestätigten, aber in geheimen Treffen nachvollziehbaren Auftrag wurden Wilderer nach Italien geschickt, die welche geklaut haben. Die wurden in Pitterm Paul, dem Tierpark in St. Gallischen, großgezogen. Und schließlich haben sich dort vermehrt und wieder angesiedelt. Und der selbe Mensch, der den Steinbock aufgegessen hat, hat ihn auch wieder angesiedelt und gerettet. Wir Menschen hier in der Schweiz. Und deshalb ist es nicht nur der König der Alpen, sondern das Symboltier der Schweiz. Und für diesen König der Alpen und das Wahrzeichen der Schweiz brauchen wir sie. Und für diesen König der Alpen haben wir sie in der Schweiz, den siehst du.